Moin Leute, willkommen bei Comic-In und willkommen zu meinem neuen Video. Wir beschäftigen uns heute mit Lesereihenfolgen, sowohl Deutsch als auch Englisch. Was für Seiten kann ich nutzen, welche kann ich als Hilfe benutzen, um irgendwie meine Sammlung durchzusortieren oder bei Events zu gucken, welche Thai-Inste alle zugehören, auch die wir im Deutschen nicht bekommen haben und so weiter und so fort. Ich habe da zwei, zumindest eine wunderschöne Seite und eine, die ein bisschen an ein Word-Dokument erinnert oder ein Open-Office-Dokument, nur schlimmer, das ist die Deutsche. Wir fangen auch gleich mit Englisch an, weil ich finde, die Deutsche nicht so ansprechend. Wir gucken aber nachher trotzdem mal rein. Die Englische ist Comic Book Reading Orders. Es ist eine toll optisch gestaltete Seite, die wirklich einen super, super Überblick bringt. Ihr seht hier schon, willkommen, Dankeschön. Hier sind 225 Marvel Reading Orders zur Verfügung, 181 DC. Other, das sind die Indie-Verlege und zusammen hat man 441. Der Update-Status, ja, okay, das ist März 2019, fast April 2019. Da könnte mal wieder eine Aktualisierung kommen. Auf der deutschen Seite sieht es noch ein bisschen bescheidener aus. Aber ich will ja nicht zu viel erwarten und sonst ist die Seite wirklich sehr, sehr gut gepflegt und bietet eine ganz tolle Hilfestellung. Das Ganze unterteilt sich innerhalb der einzelnen Verlage, hier die Reiter, sehen wir schon, in drei Kategorien. Marvel Events, Marvel Charaktere, Marvel Master Reading Order. Identisch bei DC, bei den Others, also bei den Indie-Verlegen, müsste man jetzt nur direkt nach Charakteren suchen. Wir gehen mal zu DC. Events ist klar, denke ich, oder? Wir haben große Events und jeder wüsste gern, welches Heft muss ich an welcher Stelle lesen. Und das hier gibt den Überblick. Wir gehen mal drauf. Das hilft mir auch sehr in meiner Sortierung für die Sammlung. Besonders, wenn man jetzt die neuen Marvel Events oder DC Events kauft, wo unglaublich viele Tie-Ins dabei sind. Hier ist es alphabetisch sortiert. Ich weiß, dass sie auch eine nach Jahreszahlen hatten. Wir gehen mal auf Batman Contagion. Contagion. Unsere Seuche bei Dino. Genau. Hier sieht man nämlich schon, wenn man dann auf so ein Event geht, da werden die einzelnen Ausgaben zusammengezählt, die es so gibt. Zwölf Stück, wunderbar. Sie sind unterteilt in grau hinterlegt Ongoing Series. Wir haben die Mini- und Maxi-Serien, die grün hinterlegt sind. Wir haben die rot hinterlegten Einzelausgaben, oftmals Prestige-Hefte oder Specials, die One-Shots. Und dann gibt es auch noch orange hinterlegte Hefte. Nein, orange markierte Hefte, die sind dann Elseworld-Stories oder aus einer Parallelwelt, die man aber trotzdem irgendwie zeitlich einsortieren kann. Die finden wir hier jetzt aber erstmal nicht drin. Die sind dann unter einem anderen Unterpunkt. Kommen wir später drauf. Contagion ist natürlich jetzt nichts Dickes. Man hat zwölf Ausgaben. Man hat verschiedene Heftserien. Darum geht es auch, da eine Chronologie reinzubringen. Da hat zum Beispiel der Dino-Verlag uns immer sehr gut geholfen mit der Numerierung der einzelnen Hefte. Wie sie die Specials dann eingefügt haben, das haben sie alles wunderbar gemacht. Denn wenn man so die einzelnen US-Ausgaben hat, früher war es auch noch durchnummeriert, ist das mittlerweile gar nicht mehr so leicht für uns. Hier ist es jetzt noch in Ordnung. Wir gehen einfach mal so ein bisschen durch. Man hat zum Beispiel als nächstes Batman Legacy. Wir sind im Jahr 1996. Dann hat man hier zumindest elf Ausgaben. Das ist auch noch nicht so groß. Hier hat man zum Beispiel den ersten One-Shot, Bane Nummer 1. Und dann sehen wir schon Next Event. Event ist Final Night. Final Night ist zum Beispiel ein Event, was wir nicht komplett im Deutschen bekommen haben. Auch da hat Dino uns natürlich einen gewissen Service geboten, in dem sie, ich glaube zumindest, hinten im JLA-Sonderband nochmal aufgezählt haben. Was gab es eigentlich noch so? Das haben sie öfter gemacht. Was haben wir euch jetzt nicht präsentiert? Wir bieten euch so eine kleine Zusammenfassung. Hier sieht man dann zumindest, was da alles zugehört. Das sind nur 25 Ausgaben. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet tatsächlich. Final Night, klar. Da gab es auch die eigene Serie, die wir im Deutschen bekommen haben als JLA-Sonderband. Eins, zwei, drei, wo haben wir noch? Die vier. Und dann haben wir aus den einzelnen ongoing Serien, die damals liefen bei DC, jeweils ein Heft. Ich weiß gar nicht, ob es teilweise zwei Hefte waren, Beispiel Batman. Ne, auch für Batman ist hier nur ein Heft gelistet. Das müsste ja gerade die Kelly-Jones-Zeit gewesen sein. Und hier bekommt man dann die schöne Chronologie rein. Was lese ich als erstes? Was macht Sinn? Wo zu lesen? Wenn ihr das so seht, wenn ihr Sammler der alten 90er DC- oder Marvel-Hefte seid oder auch sein wollt, das hier ist eine unglaublich gute Hilfe dafür. Und wenn ihr da wirklich Sinn und Verstand reinbringen wollt, natürlich kann man die auch in den einzelnen ongoing so lesen. Aber wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich will die Events für mich aussortiert haben, separat haben und die in eine richtige Reihenfolge bringt, dann ist das hier perfekt. Ich kann das vollkommen verstehen, wenn jemand sagt, ich will die einzelnen Batman-Hefte, die einzelnen Superman-Hefte, Green Lantern-Hefte nicht aus den ongoings rausziehen. Und ich habe es teilweise mittlerweile sogar so, wenn ich davon mal zufällig ein doppeltes Heft in die Hände bekomme, irgendwie in meinem Comic-Shop sehe oder so für einen Euro, bei Ebay für einen Euro mal mitnehme, wenn ich noch was anderes bei dem Verkäufer habe, ich nehme die mit und sortiere die dann an beide Stellen der Sammlung. Einmal in meine Events rein, wo ich eine ganze Kisten-Fraktion habe bei mir und einmal in die Ongoings rein, wo ich ja auch nach und nach jetzt aufbaue. Also hier, das sind Hefte, die führen bei mir einfach zu vielen Doppelungen, das ist aber ein persönliches Ding von mir. Auch so unbekannte Sachen drin wie Soul Rain 7 etc. pp. Alles drin, Aquaman, wunderbares Cover hatte ich auch mal doppelt. Den habe ich sogar mal abgegeben, glaube ich. Warum auch immer. Und so führt sich das Ganze hier fort. Wir schauen einfach nochmal ein bisschen durch die nächsten Events. Auch so ein bisschen, um das Zeitgefühl nochmal aufzugreifen. Genesis, ausgehend von der Superman-Welt. Batman Cataclysm, das Beben, hatte dann schon 34. Echt Wahnsinn. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Aber klar, die Ongoings war recht viel. Da hatte man noch mehr oder weniger aus den Nebenserien so einzelne Hefte. Hier auch One-Shots, klar. Blackgate, Isle of Man. Huntress and Spoiler. Da bin ich auch noch nicht komplett, bin ich der Meinung. Brotherhood of the Fist müsste ein Fünfteiler sein. Ich gehe jetzt hier nur durch, bis wir zu Niemandsland umzukommen. Fünfteiler, genau, haben wir auch nicht im Deutschen veröffentlicht bekommen. Leider, das ist eine der wenigen Dino-Lücken in Sachen Batman. Behold, the Millennium Giants müsste Superman sein. Haben wir ganz zum Schluss seiner Volume bekommen bei Dino. Tolle Sache. One Million. Aber ihr seht, wir kommen hier schon straight zu auf den Jahrtausendwechsel. Jetzt wäre mir das Wort fast nicht eingefallen. 38, One Million. Und dann kommen wir zu Batman No Man's Land. Das will ich natürlich auch als Beispiel hier für die tolle Comic Book Reading Order, englische Seite, als Beispiel aufführen. 100 Issues, das ist eine ganze, ganze Menge. Aber hier wird natürlich auch sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet. This Reading Order also contains the road to No Man's Land, also den Weg zum Niemandsland, den Panini ja auch nochmal separiert hat. Aber zum Glück auch nochmal abgedruckt hat, als es jetzt zu den neuen Trades ging. Der wird hier auch direkt mit aufgeführt. Man sieht, das ist nochmal unterteilt in the road to No Man's Land, der Weg, und No Man's Land, Niemandsland direkt. Und man hat alles, man hat alles wunderbar sortiert. Es ist wirklich also für mich als Komplettsammler eine ganz, ganz tolle Seite. Und es ist ein Service, den man selbst, wenn man es eigenständig liest, wahrscheinlich mehr verunsichert aufstellen würde, als dass man wirklich sagen könnte, ja, das ist es, darauf vertraue ich. Und hier habe ich doch schon ein gewisses Vertrauen in diese Liste. Es ist wahrscheinlich auch nichts wirklich in Stein gemeißelt. Ich kann mir schon vorstellen, dass man bei einigen chronologischen Details schon ein bisschen diskutieren könnte. Aber grundsätzlich ist das hier erstmal der Leitfaden und auch der rote Faden, durch den sich, ja, meine Sammlung aufbaut und durch den sich meine Sammlung auch sortiert. Batman Day of Judgment, auf so eine Hefte wäre ich nie gestoßen, hätte ich diese Liste nicht gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da ist es schon ganz, ganz klasse. Wir gehen nochmal weiter zu den einzelnen Charakteren. Also Events ist, denke ich mal, klar. Und unter Events sind auch halt diese familiären Heftserien gefasst, wie die Bad Family Hefte. Bad Events, die jetzt nicht ganz DC betreffen, sondern nur Robin, Nightwing, Catwoman und so weiter. Man hat hier dann die Übersicht über die ganzen Charaktere. Wenn ich hier so durchscrolle, wir schauen uns einfach mal, was ich zum Beispiel letztens vollgemacht habe, den Barschen-Ban-Hunter an. Mal was ganz anderes. Also was heißt voll? Ich habe mich da mittlerweile gut aufgestellt, aber voll ist es noch lange nicht. 160 Ausgaben. Das ist bei den Charakteren immer ein bisschen schwierig. Man kann jetzt hier nicht jede einzelne Ausgabe aufführen, wo der Charakter jemals vorgekommen ist. Man beschränkt sich schon auf ganz wichtige Eckpfeiler oder zumindest Storylines, in denen der Charakter schon eine wichtige Rolle übernommen hat. 160 Ausgaben. Hier seht ihr wieder die Unterteilung. Okay, New Frontier. Das ist jetzt hier Elseworld. Aber hier ist natürlich wichtig. Das sind chronologisch gesehen alte Schinken, die aber noch gar nicht so krass alt sind. 98, aber JLA Year One spielt natürlich ganz zu Beginn der Superhelden-Sachen. Justice League International wird natürlich auch groß aufgeführt, ist eher der Gruppenkorb. Dann seine eigene Reihe, die spielt da auch zwischen. Das ist eine vierteilige Mini, deswegen auch grün markiert. Limited Series. Habe ich damals ja auch gesehen wurde in den Redaktionsboxen von der Justice League America oder in dem Fall International oft angesprochen. Habe ich mir jetzt mittlerweile nachgeschossen und muss man eigentlich chronologisch richtig dazwischen lesen. War für mich jetzt nicht möglich, da ich sie nicht hatte. Und so wird das hier alles wunderbar aufgeführt. Ihr seht, das kommt meist mit den Veröffentlichungen hin. Außer man hat sowas wie das Year One. Aber das Problem, das ist normal. Das hat man halt auch bei Batman mit den ganzen Year One, Year Two, Year Three-Geschichten, die halt irgendwo in den hohen 400er, 500er-Nummern spielen und halt nicht bei Batman 1, 2, 3. Volume 2, seine One-Million-Ausgabe, okay. Die hätte ich jetzt geschätzt, stünde eigentlich ganz, ganz weit unten, weil das ja nochmal in die Zukunft gedacht ist. Aber okay. Die Justice League-Ausgaben, wo er dann wieder wichtig wird. Dann kommt sein drittes Volume. Hier nochmal die Eckpfeiler sind das halt so. Dann liest man Brightest Day, wo er natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Einer der tragenden Köpfe, einer, der seine eigene Story dort implementiert bekommen hat. Bei der Stormwatch, da hätte ich ihn jetzt zum Beispiel gar nicht gesehen. Wäre voll an mir vorbeigegangen. Gut zu wissen. Und so wird das hier für einzelne Charaktere wunderbar aufgerollt. An dieser Stelle können wir mal rüber switchen zu der deutschen Seite. Ich würde hier eigentlich auch gern die Charaktere betrachten. Aber gut, gucken wir hier auch erstmal kurz auf die Events. Hier ist es nämlich ein bisschen schwieriger, wie man das mit den deutschen Paperbacks und Trades so überhaupt, ja, wirklich chronologisch sinnvoll aufführt. Ich habe mir Brightest Day und Blackest Night rausgegriffen, die gar nicht so viele Bände im Deutschen hatten. Klar hat man dann so als Generation Lost und sowas nochmal extra Serien sind, aber grundsätzlich sind es ja nicht so viele Bände. Es ist überschaubar. Was Probleme macht, ist das hier. Blackest Night Monster Edition. Denn hier sind aus verschiedenen Ongoings rausgegriffen Einzelhefte drin. Atom and Hawkman, Phantom Stranger, Starman, Question Catwoman und so weiter. Und die sind alle sehr weit fortgeschritten. Wie man die jetzt sinnvoll in diese ganze Blackest Night Geschichte, wo tote Charaktere an verschiedenen Stellen wiederkommen und dann an verschiedenen Stellen auf diese einzelnen Charaktere treffen, wie man das einsortiert, das ist nicht ganz leicht. Ich finde es hier gut gelöst, noch nicht perfekt gelöst. Man hat nämlich diese Monster Edition einmal, man hat sie hier zweimal, man hat sie hier dreimal, man hat sie hier viermal, man hat sie hier fünfmal, sechsmal, siebenmal und da war es das, glaube ich, ne? Achtmal. Also ihr seht, es gibt nicht so viele Blackest Night Sachen, aber allein die Monster Edition ist hier achtmal aufgeführt. Warum? Ich greife mir jetzt mal irgendeine raus. Das, was hier schwarz markiert ist, ist an dieser Stelle chronologisch richtig zu lesen. Also es geht eigentlich nur nach dieser Spalt hier, was ihr euch immer wieder rausgreift an diesen Sachen. Die rot markierten Dinger, die spielen halt woanders, davor oder dahinter. Dementsprechend finde ich das nicht ganz leicht und ich glaube, hätte ich diese Seite erstellt, die optisch wirklich nicht gut ist, ich hätte die roten Sachen immer komplett rausgestrichen und hätte dann nur die schwarzen hier behalten, damit man nicht verwirrt wird, weil so ist das schon ziemlich schwer, finde ich. Man hat hier auch Reprints und sowas nochmal mit aufgeführt. Hätte ich auch komplett ausgespart, glaube ich, weil die dann ja eh nicht weiter erläutert werden. Von daher finde ich das auch ein bisschen schwierig. Ihr seht aber, in welche Richtung das geht. Und dass es gar nicht so leicht ist. Suicide Squad, ein Heft hier. Ist für den deutschen Markt sehr, sehr schwierig. Und beim Lesen, ich wollte es mir damals nicht antun, ich bin nicht gesprungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es dann halt so gelesen, wie der Band vor mir lag, weil mir das in dem Fall viel zu blöd war. Bei den englischen Sachen halt so viel leichter. Wir gucken nochmal runter zu Brightest Day. Ich glaube, hier ist es nicht so schwer wie bei Blackest Night, weil allein die Reihen oder die Brightest Day Serie an sich war halt schon innerhalb der Hefte so gesplittet, dass man da gar nicht groß nochmal sortieren konnte. Da konnte man halt wirklich nur noch die einzelnen Bände zwischenschieben. Ihr seht, man hat auch keine Monster Edition, die fünfmal aufgeteilt werden muss. Hier ist das alles ein bisschen einfacher. Wollen wir uns das mal auf der Reading Order Seite angucken, ob es da auch so einfach gehalten wird oder ob man nicht diese Blöcke hat. Das interessiert mich jetzt tatsächlich mal. DC Events. Wo haben wir ihn? Den Brightest Day. Müsste ja irgendwo oben stehen. Brightest Day. Aquaman, Hawkman, Hawkgirl, Martian Manhunter. Gut, da hätte man noch ein paar mehr aufführen können. 122 Ausgaben. Das ist nicht wenig. Im Deutschen kommt einem das deutlich weniger vor, aber hier sind, glaube ich, auch ein paar bei, die sind im Deutschen nicht erschienen. Genau hier zum Beispiel die Titans Ausgaben haben wir nicht bekommen. Das Atom Special haben wir nicht bekommen und so weiter und so fort. Und hier sieht man, das Ganze ist schon ein bisschen komplexer aufgestellt, als wie die DC Superhelden Timeline das da gemacht hat. Es gibt auch die Blöcke, klar, keine Frage. Aber dann hat man hier auch solche Bereiche. Und das wird auf der Superhelden Timeline nicht so abgebildet. Hier ist das alles nochmal ein bisschen mehr ins Detail und ein bisschen vertiefter für wirklich die Hardcore Cracks in Sachen Chronologie. Das wollte ich jetzt nochmal zeigen, den direkten Vergleich. Wir geben nochmal Superhelden Timeline Batman direkt ein. Wie das so bei den einzelnen Charakteren aussieht. Superhelden Timeline Batman. Auch hier wird sich hauptsächlich auf die großen Eckpfeiler versteift. Ich finde das auch okay. Auch hier, die Gestaltung ist fürchterlich von der Seite. Allein das, was ist das denn? Damit kann man nicht an den Start gehen. Es fehlen oftmals Bilder für die einzelnen Ausgaben. Es wird ziemlich oft die Eagle Moss Collection verwendet, anstatt der Panini Sachen. Man sieht auch, die Bilder sind einfach nur gezogen von Google, denn man sieht hier noch das Wasserzeichen. Aber gut, ist in Ordnung. Ob ich sowas dann öffentlich benutzen würde, weiß ich nicht. Aber es gibt trotzdem den groben, guten Überblick, den man sich grundsätzlich wünscht. Hier fängt man natürlich mit der Dino 37 an, weil da das erste Detective Comics, also mit Batman, die Detective Comics 27 abgedruckt ist. Und auch hier bekommt man noch zweite Veröffentlichung. Sekundärliteratur, alles okay. Odyssey, Batman-Nummern, was ist das hier? Hush 2, okay, weil... Ah, da wird ein Detective Comics 33 erwähnt. Ist aber auch nicht so schlimm, weil Hush, da wird ja oft die Kindheit beleuchtet und so. Von wegen kann man... Da kann man das wahrscheinlich auch so machen. Ist in Ordnung, dass es irgendwo vorne ist. Detective Comics, Robin Year One, den Killing Joke. Klar, das sind alles Sachen, die sind charakterbildend, die sind früh passiert. Es wird viel in die Vergangenheit geswitcht, in den verschiedenen Sachen. Und auch hier kommen dann natürlich in Bezug auf einzelne Comics Doppelungen vor. Weil in manchen Comics sind Flashbacks drin, die verdeutlichen uns Sachen aus der Vergangenheit. Und dann haben wir halt im selben Comic nochmal gegenwärtige Storys. Ist halt so. Bad Girl Year One, das lange Halloween, das sind alles Sachen, die sind halt früh passiert. Neil Adams Collection. Aber ihr seht, man fängt nicht an mit Batman 1, Batman 2, Batman 3. Man springt hier auch relativ stark. Was aber in Ordnung ist. Und natürlich, je neuer die Sachen werden, desto mehr man das auch im Deutschen bekommen hat, desto einfacher ist es, die ganzen Seiten hier aufzuführen. Hier sind zum Beispiel EHP- und Hedke-Sachen komplett ausgespart, glaube ich, außer sie haben ein Reprint bekommen. Man ist hier schon eher so, ich glaube, Carlson ist auch nicht mal drin, eher so auf der Panini-Dino-Schiene. Wir gehen nochmal ein bisschen weiter vor. Okay, okay, okay. Panini-Reprint, Eagle Moss, Panini, Panini, Panini. Man nimmt hier auch nicht, die ganze Veröffentlichung ist okay. Und ab Dino hat man dann wirklich ne verifizierte Liste. Das ist super, das passt. Schaut mal, sogar hier diese Deadman-Sache, haben wir schon im letzten Video gesehen, ist da drin. Dann kann man auch hier Querverweise zu den einzelnen Events ziehen. Wir gehen mal drauf. Auf Final Night fände ich jetzt mal interessant, wie sie es hier gemacht haben. Ähnlich wie bei der Blackest Night, okay, da haben sie ihr Muster. Das passt so weit. Alles klar. Aber ihr seht auch, wie wenig hier erschienen ist in Sachen Final Night. Das ist schon, naja. Wobei, es geht eigentlich. Aber vereinzelt Hefte fehlen auf jeden Fall. Aber die wurden dann halt im Final Night-Sonderband hier, JLA Nummer 5, zumindest auch behandelt. So sieht das aus. Also wie gesagt, ich mag diese Seite nicht wirklich gern, da ich aber sowieso US-Sammler bin, bin ich hier zu finden. War ich aber auch schon vorher, als ich mir die deutschen Events komplett zusammengekauft hatte und dann geguckt habe, was fehlt noch innerhalb dieser Events für den deutschen Raum. Und als Abschluss würde ich euch gerne nochmal zeigen, was die Master Reading Order ist. Denn wir gehen mal auf DC wieder. Das ist was Tolles, das gibt es auch auf der deutschen Seite, aber auch halt wieder optisch nicht ansprechend. Für DC wurden 11.297 Hefte eingepflegt. Das ist eine große Menge, klar. Und hier wird geschaut, was ist wichtig für das ganze DC-Universum, für die einzelnen Charaktere. Und diese ganzen Charakter-Timelines werden dann nochmal ineinander verschachtelt aufgeführt. Hochkomplex. Unterteilt in verschiedene Parts, in die verschiedenen Reboots dann natürlich auch. Hier nochmal erstmal mit groben Beschreibungen. für die verschiedenen Parts. Alles super, alles okay. Und wir gehen mal in Part 6. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Keine Ahnung. Mal gucken, was kommt. Part 6 beinhaltet 573 Ausgaben. Auch hier wieder wunderbar. Alles wird uns verdeutlicht mit der Legende. Wo sind wir hier ungefähr? 2009? Soweit fortgeschritten schon. Ja, Tatsache, okay. Und auch hier sieht man Detective Comics. Dann kommen hier, es könnte sowas wie ein Batman-Event sein. Auf jeden Fall hat man hier einen Robin und Batgirl Crossover anscheinend. Dazwischen die Identity Crisis, die dann nochmal ausgelagert ist, die man sich natürlich viel detaillierter nochmal in der eigenen Übersicht angucken sollte. Auch hier Crisis, Crisis, kommen die Secret Origin Sachen, Green Lantern Volume 4 Nummer 9. Also hier steuert man dann auch schon mal ganz seicht auf unsere Groß-Events in Sachen Green Lantern zu. Black is Night, Bright is Day. 52, hier sind wir auf dem Weg dann zur Final Crisis, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann kann man hier halt wunderbar auch seine Sammlung daran orientieren. Ich persönlich sortiere halt ein bisschen anders noch, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich irgendwann, wenn ich mal eine perfekte Sammlung habe, das auch so machen könnte. Aber es ist halt tatsächlich wirklich deutlich einfacher, einfach nach Charakteren zu sortieren, nach Heft, Erscheinungsdatum zu sortieren oder man lagert halt die, in Sachen Batman ist es immer am einfachsten darstellbar, Year 1, Year 2, Year 3 Sachen aus und packt die nach vorne und liest dann den Rest so weg. Kann man natürlich auch machen. Ich lasse es bisher noch bei der normalen ongoing Nummerierung und richte mich danach aus. Diese Seiten bieten halt einen wirklich wunderbaren Überblick und helfen bei der Sortierung der Sammlung, bei der Lückenfindung. Was sollte man vielleicht noch dazwischen lesen? Was ist optional noch lesbar dazwischen? Oh, guck mal, sogar Shadow Pact ist drin. Witzig. Und das finde ich toll. Diese Seite ist für mich so geil, muss ich sagen. Eine richtig, richtig coole Übersicht und ich hoffe, ihr kanntet die noch nicht. Teilweise. Nicht, dass ich euch hier Schnee von gestern erzähle. Nochmal kurz zu den Indies hier rein. Gehen wir mal in Spawn. Valiant hat man da unten auch noch. Spawn hat man zum Beispiel 502 Ausgaben aufgelistet, obwohl die ongoing jetzt knapp über der 300 ist, weil man natürlich auch hier Sachen wie Curse of the Spawn hat und sowas. Und auch hier Angela, cool. Alles wunderbar sortiert, sogar die Youngblood sind da eingepflegt. Das finde ich toll. Wer sich die Mühe gemacht hat, klasse. Auch klasse, wer sich die Mühe für das deutsche Stückchen Arbeit hier gemacht hat, finde ich auch super. Die Mühe, die dahinter steckt, allerdings gehört diese Seite wirklich mal generell überholt, meiner Meinung nach. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick geben. Ach ja, diese große Universenübersicht gibt es hier in der deutschen, meine ich auch irgendwo. Aber ihr seht auch hier, man kommt ganz schlecht irgendwie von der einen Sache zur anderen. Wir gehen nochmal ins Home. Ah, okay, doch, hier geht's. Wenn man googelt und auf die einzelnen Seiten stößt, dann muss man halt erst runter bei der einen Seite, um in dieses Home-Menü zu kommen. Das ist nicht ganz schön gelöst, aber okay. Ich hätte halt gern irgendwie oben links so eine Startseite oder einen Startseiten-Button oder sowas. Das fände ich ganz nice. Jetzt sind wir wo gelandet? Hier. Ultimatives Universum. Haben wir irgendwo auch noch Marvel-Gos-Ereignisse? Haben wir das vielleicht doch nicht drin? Ich google nochmal kurz. Super Helden Timeline Ups. Marvel. Können wir wahrscheinlich nur da hin, ne? Ist ja auch nicht weiter wild. Man muss das ja nicht so krass detailliert runterbrechen. Die Ansprüche will ich gar nicht stellen. Großereignisse hat man dann hier. Okay, da kommt man nur auf die Übersichten. Auch nett. Ich will nochmal in Star Wars reingucken, ob sie es da so gemacht haben. Neu. Star Wars fände ich auch interessant zum Beispiel. Wobei es bei Star Wars allein schon deutlich leichter gelöst ist. Da hat die noch eine super Übersicht und dann denke ich mal, die Übersicht gibt es auch im US. Ei, ist das bunt. Das ist es halt. Wisst ihr, ich finde das optisch überhaupt nicht ansprechend und das ist eher abschreckend tatsächlich für mich. Die Übersichtlichkeit ist überhaupt nicht gegeben. Okay, man hat hier die Sortierung drin, aber wir wollen jetzt nicht weiter auf Star Wars eingehen. Also wenn man wirklich die große Universenübersicht in Sachen Master Reading Order haben will, einmal hier, Marvel hat sogar noch ein paar mehr Hefte oder DC auf Comic Book Reading Orders und dann ist man gut aufgestellt. Marvel 13.884. Ja, ich hoffe, das war ein bisschen Neues, zumindest so partiell für euch und ich liebe diese Seite Comic Book Reading Orders. Ich finde da immer so viele tolle Sachen und es hilft mir sehr, wenn ich zurück in die 90er-Kisten gehe bei mir und die einzelnen Events durchgehe und denke, irgendwie muss man das doch ein bisschen schöner sortieren können als jetzt einfach hier nur nach Alphabet oder nach Superheldengruppen. Das geht doch auch noch besser. Das sind die Reading Orders. Das war Comic In. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.